Hallo, ich bin Azize Kaya, ich komme aus Deutschland, bin 37 Jahre alt. Ich bin hierher, um meine Nase zu operieren. Ich warte diesen Termin seit März, bin total aufgeregt und freue mich riesig drauf, morgen operiert zu werden. Ich habe den Arzt dank meiner Freundin zum Empfehlen bekommen und habe ihn im Instagram gefolgt. Die Videos und die Bilder haben mir total gefallen, weil das einfach naturell ist und ich freue mich schon riesig drauf. Mein Arzt ist Dr. Demir, ich freue mich, Mustafa Demir, Entschuldigung, ich freue mich riesig drauf, euch bald wieder Hallo zu sagen zu können. Tschüss! Hallo, heute ist mein sechster Tag nach der OP. Ich bin heute hier zum Fäden abziehen und das Gips und die Tampons zum rausholen. Also es war eigentlich ganz angenehm, ich hatte ein bisschen Angst, aber es war gar nicht schlimm. Ich bin überglücklich, habe eine richtig schöne Nase und bin total glücklich und zufrieden. Das ist ein bisschen angeschwollen, aber das ist normal, das geht alles mit der Zeit. Also ich bin sehr, sehr glücklich und kann diesen Arzt nur weiterempfehlen. Dankeschön, tschüss! Dankeschön, tschüss!